Hallo, hier ist Rolf mit dem Ritschi. Ich bin hier jetzt mit Olli in Walkenried im Hotel zum Goldenen Löwen. Gestern hatte ich ja noch gesagt, das Wetter ist perfekt und besser könnte es nicht werden. Sollte man nicht machen. Also kurz nachdem wir vom Brocken runtergefahren sind und ins Tal gekommen sind, hat es dann angefangen zu regnen. Und natürlich, wenn es anfängt zu regnen, hat man einen Platten. Aber ich glaube, das soll so sein. Und na gut, heute soll es noch regnen. Ich bin mal gespannt, ob es danach anschließend wirklich, wie der Wetterbericht sagt, auch wieder trockener wird. Jetzt wird es ein bisschen Schlammschlacht und dann suchen wir uns ein bisschen im Dreck und hoffen, dass wir anschließend uns wieder trocknen können. Ich melde ihn wieder.